hallo und herzlich willkommen mein name ist cheeky boing das ist homeworld deserts of karak und in der letzten episode haben wir das tutorial gespielt und jetzt geht es weiter in der kampagnen mission 1 epsilon basis ich glaube mittlerer schwierigkeit gerade wir haben nichts eingestellt gucken wir können es ja vielleicht ändern der weltraum unendliche weiten our planet is dying the desert grows with every passing year the world is at war but there is hope an object has been detected deep within the great banded desert it has been called the jeraki object the primary anomaly we believe it may hold the key to our salvation an expedition to retrieve it is being prepared we believe we believe we believe we believe we believe it geil dieser wechsel vom video zu jetzt spielgrafik sehr cool gemacht rachel we need that control module hooked up before we launch and we don't have a lot of time understood clear to approach you're clear gate 5 i don't know what's the basis wow rachel galsian attacks have been launched against multiple coalition bases the northern frontier is under attack the launch of our expedition carrier the capacity has been accelerated this is the captain of the jet carrier capacity all crews anger five stand by to initiate rollout loading control module now standby engage main drive laneway clear all stations green captain as the hell apple clean blue on all decks full complement aboard shutter test green gets in come up see if they have any new reports to share on the current a.o. all right all right we're on top of it cooling tanks online at four point three power plant reading five nine cycling in thirty second increments until ninety nine at seven springing systems online fleet manager online resource control system online unit status online command system online alles online objective tracking online objective tracking online all control system successfully installed and online systems confirmed rachel rachel redeploy to your base runner copy that attention all stations this is fleet intelligence for the expedition carrier capi c i will be issuing all mission objectives through this channel before departure we need to run essential tests on our key capabilities vehicle production resource salvaging and combat operations time is of the essence so let's run through these quickly fleet operations is your channel clear carrier affirmative i will be providing all non-critical updates on unit production research resource salvaging and all carrier systems through this channel copy that stand by to initiate production test first deploy salvager from the command carrier capi c rohstoff sammler bauen kostet mich 150 takas die haben wir da oben salvager online stand by to commence resource test to use identified order the salvager to gather nearby resources located here please confirm negative possible contact for your sector oh that's a sweet little oh that's a sweet little me a splash okay okay we don't have any resources here to catch up be interventions jak Η Perhaps rachel stand by for combat test in order to produce combat vehicles we will need to invest time and resources in upgrading our tech the first step is to upgrade the species advanced manufacturing facilities once that is done we will be able to build light attack vehicles okay kommen wir zur forschung wie geht das achte technikabteilung fahrzeug freustchalten schnelles angriff fahrzeug okay research completed light attack vehicle fabrication now online produced three light attack vehicles from the capi sie ja die macht ja schon proceed to rally point secure location marked light attack vehicle online light attack vehicle light attack vehicles ready target drones are now ready for weapons testing light and use the light attack vehicles to target and destroy the jaa machen wir das doch das war im prinzip nochmal das tutorial aber egal ja location mark all required tests are complete give me a go no go for launch GO Ich meine die feiern selbst das Öffnen dieser Tore Wir müssen das Yagazi-Objekt finden Okay wir haben Mission 1 abgeschlossen Okay Wir haben drei Monate vor Ort, und jetzt in der Zeit, die Gaussien-Threat war viel größer als wir erwähnt haben. Als der Lead Scientist auf dieser Expedition, ich bin mehr davon überzeugt, dass mein Bruder war richtig. Dass das, was da in den Dunen liegt, hält die key für unser Leben auf diesem Planeten, und vielleicht beyond. Wir haben keine Chance jetzt, aber zu glauben. Ist gut gemacht. Gefällt mir. Gefällt mir, liebe Freunde. Vorfallbericht. Expeditionsträgerschiff Capisi ist unterwegs. Kein Kontakt mit Galsien-Streitkräften. Bestätigen Befehl zum Treffen mit Landungsschiff 607 beim Friedhof zur Übergabe des Sensorenmoduls. Okay. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag, bis zur nächsten Folge und Mission 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.